Die letzten Wochen haben Covid-19 und die Auswirkungen des Virus unser Leben massiv geprägt. Menschliches Leben, berufliches Handeln, gesellschaftliche Entwicklung – immer wieder sind wir Veränderungen ausgesetzt. Wir gehen als Menschen, Institutionen, Unternehmen, Gesellschaften unterschiedlich damit um. Um gut oder gar gestärkt aus einer Krisensituation herauszukommen, ist die Fähigkeit zur dynamischen Anpassung entscheidend. Nichts anderes ist Resilienz. Wir wollen aufzeigen, wie viel Resilienzpotenzial in dieser unserer Stadt und Region liegt. Wir wollen damit Mut machen in einer herausfordernden Situation, denn unser Umfeld ist so viel besser als an vielen, vielen Orten dieser Welt. Wir wollen aber auch eine Diskussion anregen über das Thema Resilienz und dass wir eben noch besser werden können. Denn heute ist es Covid-19 und morgen wird es etwas anderes sein. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. In den kommenden Wochen und Monaten bieten wir Ihnen auf dieser Webseite regelmäßige Resilienzimpulse von Menschen, die mit unserer Stadt und Region verbunden sind. Und wenn wir endlich dann auch wieder größere Veranstaltungen organisieren dürfen, wollen wir einladen, um dieses wichtige Thema auch analog zu diskutieren. Bei diesen Impulsen handelt es nicht um persönliche Resilienztipps, sondern wir fokussieren auf den beruflichen, auf den gesellschaftlichen Kontext. Zum Beispiel in der Politik, im Sport, in der Musik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Seien Sie neugierig, seien Sie offen für eine Diskussion und danke für Ihre Aufmerksamkeit.